Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin Rodo und wir sind zurück bei Birth of the Federation mit den Ferengi, mit der Ferengi-Föderation, ich glaube die Ferengi-Föderation. Wir hatten, glaube ich, keinen schlechten Spaß. Wir haben da relativ viele Planetensysteme in unserer direkten Umgebung, aber nicht alle besonders gut. Also, es könnte schon bessere geben in unserer Umgebung, aber wir haben zwei Species, die sind fast nur für uns. Ja, das ist noch okay. Schauen wir mal, wie die zwei da unten sind. Bei uns vor allem der hier. Weißt du was? Wir machen das, wir fliegen. Und zeigen den Kadassianern, dass wir sie mögen. Nur nichts, nur nichts Böses machen den Kadassianern. Die leicht an dem Krieg reizen. Oh, unsere erste Forschung. Und zwar Energy. Orbital Battery Class 3. Class 3 Power Exchange. Okay. Class 3 Power Exchange. Dass wir jetzt bei alten Dingen das machen können. Ja. Was ist das? Weibfolge. Heaven. Was ist das? Hier ist es so, dass wir das nicht so machen können. Purchase Order confirmed. Könnt ihr bitte aufhören da rund zu fliegen, ihr Föderationsheinis? Föderationsheinis. Was haltet ihr davon, wenn wir einen Peace Treaty machen? Non-Aggression. Für, sagen wir, 50 Wunden. Kadassianer. Was haltet ihr von einem Peace Treaty? Non-Aggression, 50 Wunden. Hm? Klingt das nach einem Deal? Weil dann müsst ihr nämlich raus aus meinem Gebiet. Und dann könnt ihr mich nicht die Tamariana wegnehmen. Idioten. So. Turn. Okay. Das ist normalerweise gar nicht so schlecht, weil die so unfähig sind. Diese Völker nicht einnehmen können. Und mit etwas Glück. Bleiben sie sie in unsere Arme. Mit etwas Glück sind da die Angusierer oder da. anytime. Das ist unbekannt. Not von Kontا iceberg. Lurches Order Confirmed. Okay, ich bin nach 135. Ein Wohner. Das A ist... Das sieht gerade nicht aus. Das heißt, das sollte... Dann modelliert. Ich werde jetzt noch etwas sicher. Wir haben jetzt ein Growth Rate von 1,5%. Wenn jetzt, wo alles terraformt ist, geht es schneller nämlich. Oh, das dauert so lange. Was kann ich jetzt so viel geben? Das ist quasi das Äquivalent zu den Weltwundern in anderen Spielen. Ähm... Ah, ich habe... ... meinen... ... Wecker. Na dann. Oh, Cardostianer haben einen Non-Aggression-Treaty gemacht. Und die... ... Föderation auch. An Alien-Kulturen hat sich gefunden. Das ist nämlich urlustig, wenn du die einen in deiner Föderation hast, ähm... ...hassen dich die anderen und gehen auf keinen Fall in deine Föderation. Okay. Ja. So. Ja. So. Hm. Oh. Da haben wir... ... Raum gefunden. Ja. Ja. Oh, jetzt gehen wir mal. Ja, komm. Purchase Order confirmed. Da komm. Äh, da... Purchase Order confirmed. Hm. Hm, hm. Philipp. Ja, wamm. nachher mehr von den Kielsen Gross Markets. Mehr werden wir dort wahrscheinlich nicht brauchen in dem Gebiet. Du fliebst da. Schau mal, dass wir zwei Sterne da finden. Du, mein Freund, fliebst da. Beziehungsweise eigentlich fliebst das nicht. Muss nicht stehen. Das heißt, wir können kein Geschäft mit ihnen machen, außer im Hasen sind so oder so. The Nozicans are a warrior race whose pride and bluster are legendary. Es könnte sein, dass sie sogar einen Bonus haben, den Kielonen zu gehen ist. Aber die Kielonen auch gewisse Forte haben, whose pride and bluster are legendary throughout the galaxy. Let's see. The society is authoritarian, ruled by the strong mind. They have a great respect for other races that demonstrate similar values, but also demonstrate complete disdain for those who show signs. And the alien culture has been found. The Yulians can read our minds. This is not a desirable trait among customers. Of course. Okay, the Yulians are a type of effort, but they like us more. I think that's cool. So, okay, an der Grenze zu den Angegen-Kardassianern und die Yulians sind auch nicht da. Mit denen sollten wir möglichst schnell beginnen zu behandeln. Die wollen wir möglichst schnell haben. Die sollten nicht in der Föderation fallen. Schauen wir mal, ob sie eine Freundschaft machen würden. So, machst du bitte das letzte Terraforming. Select Terraforming Location. Und dann... Kaufen wir das. Purchase Order confirmed. Vier davon. Vier davon. Vier. 19 Rom. Bis. Okay. So, wie schaut das aus? Die uns alle. Die mögen uns nicht. Die mögen uns. Uncooperative. Schade eigentlich. Sind Korbier. Ein bisschen besser als die. Neutral. Okay. Schau an. Kadassianer. Ganz schön groß. Ganz schön groß schon. Puh. Föderation auch. Endlich. Nicht so. Nicht so. Die Kadassianer. Aber immerhin. Mal die. Neutral. 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 Das ist immer nämlich alles. Haben bald. Und so. Ah, die Beute. Habt ihr das? Hm? Nein. Nein. Ich glaube nicht. Purchase order confirmed. Purchase order confirmed. Das mögen wir. Oh, wie viele Arten hat noch eine Aggression mit der Fläche. Oh, die Ulyana accepted. Das ist krömer. 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 Vielleicht sollten wir folgendes machen. Ja. Oh, die Mariana haben das fertig. Terraform. Das wollen wir gar nichts mehr machen. Das. vielleicht wird tatsächlich dann hier weiter kolonialisieren bist du irre das ist ein tolles ist natürlich relativ aber relativ interessantes system eigentlich ja das war's mit der ex nix mehr das ist eigentlich auch nicht schlecht das ist gut da wenn wir als nächstes hinbauen das könnte zu konflikten mit den kurs gut soll sein an alien culture has been found the mintakens are hard-working and simple that's what i call a perfect employee a bronze age proto-wulcan race whose society is primarily agrarian and organized at military primitive technology they already show signs of the sort of emotionless logic of thinking that characterizes the vulcan the time will tell the day will be back up similar mental musik die die werden natürlich auch kolonis verbunden die 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 wir können keine friendship mehr mit ihnen machen das heißt sie haben schon eine friendship oder sowas affiliated mit den kandassianern Na sowas, aber die Föderationen mit allen neutralen, die wir auch kennen, Senei, Uliens. Ja, wir sollten bei den Uliens relativ schnell weitermachen, die sind nämlich recht nah an den Föderationen mit den Gifts, Receptor mit allen Führers. 17 Runden, oh, ah ja, da machen wir Popgreens. Soll ich das aber so machen, glaube ich. Ich könnte es sogar so machen, weil wir kaufen ja eh alles, also so gesehen. Mhm. 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 Vess? Okay, offensichtlich sind sie in einem Krieg mit jemandem. Finde ich gut, glaube ich mal. Irgendjemand wird dort ziemlich angepisst sein auf uns. Die sind doch gar nicht im Krieg mit irgendjemandem. Vielleicht sind die von den Cardassianern gezwungen worden, affiliated zu sein. Hm. Mhm, mhm. Vielleicht kann ich nicht einmal hinfliegen, um ihnen zu helfen, weil es zu weit weg ist. Purchase order confirmed. Okay. Warte mal. Warte mal. Wie machining. Yay. Terraforming completed. There is news from our diplomatic corps. The pack that's offering an affiliation proposal. Das ist aber interessant. Das ist mir überhaupt noch nie passiert. Dass die so freundlich zu uns sind. Ja, das Accept-Trade. Okay. You will be accepted. Minterkan hat eine Population von 600. Das klingt nicht gut. Oh weh. Okay. Wir machen zuerst mal das. Und ich würde uns mit denen. Wir klären das einfach, wie wir es können. Dann Mal gucken. Okay. Dann gucken. Dann clean aufそれ mit rein. Aber add реш heißt... Ja. M Male. Mh-łąb. Du hast die 90 Jahre mit 20 Jahren gewagt. eben okay uns weniger jetzt sicher so lang wir bräuchten das geld nicht in die diplomatie stecken hier wollen wir auf keinen fall wollen wir auf keinen fall der federation überlassen oh terraforming komplett das habe ich total übersehen eben gesagt das oder dort das würde ich ganz gerne was ist das nein gehst du weg mit deinen shipper knacken ein colony ship spinnst du vielleicht habe ich Glück und er braucht keine kolonie her sondern terraformt einfach nur okay defederation federation you're expanding your influence too near to our border was überhaupt wenn du lieb wir können reconsider in den Rest of Peace natürlich hörst du um unser Gebiet zu fliegen gerne doch warte mal wenn wir uns noch nicht uns angepasst haben was können die eigentlich bauen die können irgendwas super tolles bauen mint taken farm plus 100% food und zwar im aimfire nehme ich mal an purchase order confirmed was ist das und mir auch in einen jungen warte die verdammt daher nichts jetzt könntet ihr doch bitte ich weiß doch noch alles so lange dauert alles so lange ich kann das nicht bauen zu wenig gel 3 und cool und Outposts, okay. Select terraforming location. Let's terraform. Tututututututututututututu Nej, vänta. Så, Minta kan.... So it's hard. alles was da hinten ist sollten wir irgendwie gut dings machen und auch Oh, das ist interessant. Es kriegt mit jemanden. Föderation, Peace, ah, möglicherweise mit den Pingonen, weil mit den Romulanen haben wir gehört, haben sie auch Frieden geschlossen. Das ist nicht gut. Sie werden sonst eh zu stark. Sie sollen ruhig Krieg führen. Achso, vielleicht hätte ich... Kaufen wir das. Das dauert nur noch zwei Runden oder so. Können wir es selbst so machen. Zehn Runden noch. Komm. Das ist ja ein schöner Planet. Den hätte ich aber gern. Ah, das wollte ich nicht. Fringe. Ration. Sowas an. Was sind denn das für... Sagen wir mal. Entweder die oder die Romulaner. Ich weiß nicht, was mir lieber wäre. Oh, das ist ein... Da ist... Da ist... Dings hin von... Ein kleiner... Eine Minor Race. Schaut was an. Dann gehen wir auch hin. Jetzt könntet ihr vielleicht einfach diese Dinger da machen. Nein. Nicht einmal da hat sie genug. Das kann ja nicht sein. Da passen 80 Leute drauf und das ist jetzt noch immer nur 45. 50. How can this be? Uliana. Schau mal. Schau mal. Schau mal schnell an. Ulians. Recept. formed. Om. Ja, bedrücken möchte ich. Mhm, mhm, mhm. An alien culture has been found. Greetings from the Romulan Star Empire. While we do not object to occasional diplomacy and commerce, we prefer to mind our own affairs. If you honor this desire, we will remain amicable neighbors. Ja, das... Oh, das... ...a group transport. Ich brauche doch nicht. Ah, da sind sie. F unknown ships. Das... King Kong und das Stören, dieses Polonieschiff. Ich mag das nicht, dass die bei mir dran sind. Da ist Ulia, die will ich ja eigentlich... ...integrieren bei mir. Hm. Das ist alles nicht... Hallo, könnt ihr bitte weiter... ...abformen? Dankeschön. Ja, das ist alles. Wir fliegen mit denen auf, und die fliegen da. An alien culture has been found. Greetings from the Klingon Empire. We are a race of warriors. And if you do not wish us to prove it to you, we advise you to stay out of our away. Okay, werden wir machen. Ich lasse mal den Check. Yay. The Yulians rejected. Naja. Und die Romulani offer a non-aggression proposal. Finde ich gut. Das machen wir doch gern. Treaty will be accepted. Hm, ja. Affiliation is a serious commitment. Okay. Ich werde davon, wenn ich viel Geld gebe. Wir haben nicht gewählt. Ja, schade. Wir haben nicht so viel Geld. Was denkt eigentlich wer ihr sagt? Purchase order confirmed. Mhm. Hm. Purchase order confirmed. Okay. Mhm. Mhm. Wir werden an dieser Stelle wieder machen für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ok. Entschuldigung. Tschau. Untertitelung des ZDF, 2020